Das Blasmusik-Highlight mit Orchestern aus über zwölf Nationen, einem dreitägigen Nonstop-Programm auf zwei Bühnen, im beheizten und bewirtschafteten Festzelt, mit 4000 Plätzen. Erleben Sie drei unvergessliche Tage mit internationalem Publikum und grandiose Stimmung im sächsischen Kurort Bad Schlemer. Vergessen Sie den Alltag und lauschen Sie den Klang von Swing und Big Band, Volksmusik, Rock und Pop, bis hin zur allseits beliebten klassischen Blasmusik. Sie erwartet ein internationales Konzert der Extraklasse mit Spitzenmusikern aus der ganzen Welt. Bald ist es wieder soweit. Vom 15. bis 17. September treffen das 20. Europäische Blasmusik-Festival und das 26. Internationale Musik-Fest wieder aufeinander. Kommen Sie vorbei und erleben Sie eine musikalische Vielfalt wie keine andere. Einfach grenzenlos!